oder ist noch es ist von der Folge natürlich von wo wir eben gekommen sind das ist was anderes der Spornel hier ist ein anderer ne oh unter der Tür ich guck noch mal vor ich die laufen ne war mir noch nicht komisch Leute oh stop 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 was ist das hier ist ein komischer Prinz zum Pirat die kenne ich guck mal guck mal fuck fuck lauf weg lauf weg lauf weg rufen die kehren dich das sind zwei kleine Spinner weil ich meine ich bin von weg machen ich halte sie auf und was ach du scheiße ja ich sag so ein Feuer spucken ja ich habe doch gesagt nicht angreifen ich habe es auch nicht ich habe mich nur verteidigt ja ich glaube sie meinte ja ja die müssen eigentlich die dürften nicht so schnell und sie es kriegen und man die 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 an die an der Karte zum zauberkommens wiederum war weiter fachlos die musik passt auf ich werde ich nicht erneut ach scheiße das ist ein krasses Ding das ist irgendwas von Soundcraft die hat Leute die machen da irgendwie so eine Versammlung und stehen um so ein Monument rum um so um so ein Ding halt die kommen auf lauf 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 die machen da ist einfach straight nach vorne laufen ja ich muss mit dem Essen ich weiß gar nicht ob die jetzt Eisbio schaue 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 ach 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 da soll ich glaube so müssen sie eigentlich weg sein oder das dach irgendwo bist du so weiterlaufen nach der ja da natürlich hat okay wir haben die abgehängt sehr gut okay ich weiß auch gar nicht was ich weiß auch gar nicht was sie da machen hätte gesagt irgendwie handeln kann alter sind hier viele kühler ja übel alter übel es ist voll die voll die massentierhaltung hier hat es mal wieder verloren ich bin ja ich würde gerne war der ziel mit schädel sehen jetzt glaube ich haben wir schön aus ja das ist alles erst mal dann ja bei mir auch aber trotzdem für sbs habe ich nicht mal 20 das mache ich auch mal an das ist die genuss kann ich leider jetzt nicht bieten jedenfalls nicht weil ich komme und vielleicht ist eine tippe weg gibt es mir doch schneller fast mehrwert bei einer reise weil es ist das schöne feeling ich gehe es mir noch mal hier waren in sina frühstück so rangensaft ein fps naja wir haben was bei du was noch ausmachen kann hier hause ist es habe ich besser als anders performance kommen wir schon besser oben oder war es kann nur animation cd muss ich anlassen das geht sonst nicht so ist besser ja ich glaube es ist ich finde ich nicht immer mit schädeln machen wo bist du jetzt hier und wenn es zu schlimm wird dann mache ich wieder zurück aber ich wollte mal hier noch ein bisschen weil ich komme auf die richtung wir gerade gehen norden wahrscheinlich in die westen naja 30 fps ne das geht einigermaßen oh hier ist wieder mau so geht es eigentlich wenn es so weit ist es okay was ist das denn feierfleisch hier möchte ich gerne nacht sein sieht schön aus ne eigentlich meine wenklingen jaja aber ich fand das auch mit dem berg ganz cool eben das ist der waschbeer wieder ne rick und rick und rick und noch ein tegel wenn diese großen landschaften einfach nur berge sind also stein berg meine ich das ist das macht es ist zwar ein bär und auch der kniz wie komisch sind wir noch nicht auf so ein richtiger holen auf so ein richtig großes meer getroffen ja dann habe ich auch wenn ich habe ich habe auch schon das müssen wir mit dem boden lol alter rufen geachtung nicht reinlaufen was ist das denn das wasser aber das geht wo geht das hin rufen du musst auch wieder hochkommen wenn du jetzt stirbst du deine sachen weg ne rufen 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 komm hier rufen ich komm hoch hoch ha ha scheiße wie weit habe ich es noch rufen wir bauen bauen wir einen gangroteck aber nicht daneben sondern einen weiter also so schräg irgendwie ganz vorsichtig ja ich will gucken was da ist warte ich geh hier ich krabbe ich da jetzt runter ist mir jetzt alles egal oder warte mal haben wir gießen ja ich möchte mir was ausrufen aber nicht zu machen das Wasser nicht weg machen das sollte schon da bleiben warte ich guck mal ganz wenn ich jetzt hier abbaue kann ich den aber schnell wieder zu bauen warte ich guck mal ok jetzt kommt einfach nicht rein weiss ich ob man sich einfach runter trauen soll oder LOL OH WAS WAS HAAAHAHAHAHAHA WAS höh ha 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 was habe ich verglückt haha genau auf diesem block warte ich nicht jetzt die tf achtung was war das alter ich dachte ich da rufen was ist wieder weg alter weg du bringst du doch an den tod hier ja was wieder zu alter was für ein unglaubliches glück ja genau auf dem block aber ich will weiter nach unten wirst du nicht ne ja dann warte dann habe ich ich habe ein trick für dich habe ein trick für dich wie man sowas leicht verhindern kann ja das geht das kann ich nicht das war es ich kann das ich darf es wirklich noch mal herausfordern und dann geht er raus ja wie soll ich denn leute und wo kam die jetzt noch von wo kam die noch ich habe durch eine ecke geflossen hast du eine mit nein ach so ich weiß danke wenn ich mal ganz kurz aufmachen mal reingucken kann man nicht reingucken also ich dachte dass das kann ich nochmal machen das müssen wir jetzt irgendwie mit uns jetzt so abwechseln irgendwie hatte ich nicht haben nein als ich bin so doof das ist gleich wie eben alter ich bin so warte lass mich mal auf welche höhe sind wir auf drei äh äh schon anders ne wo steht das da 61 also du jetzt 62 oder wo ich bin so doof warte weil ich kann ich raus wussten selber so danke oder bist du schlau aber wenn du jetzt hier reinkommst was passiert denn dann ich bin schon wieder am spawn jetzt komm da kommst du raus das wird mal kurz alleine rein ich will wissen wo das hingeht das geht einfach so einfach ins nichts aber es kann ich aber ich verstehe das warum das soll nicht so dass dann guck mal oh sorry ich habe mich angst dass ich das echt auch weil das was wir machen ist genauso doof wie vorher irgendwie oder so nicht wenn du immer auf der ebene bleibst warte ey mir auch mal auf die kante um zufrieden gett hätten das er macht gar nichts weiß ich weiß ich will ganz gut gucken also leben runter geschwungen können aber 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 warum aber es ist es ein pack oder muss er aus dem wasser noch ziemlich komisch ich habe keine ahnung warte jetzt gut ist immer noch sorry leute hast du das an die zu sehen was warte wenn ich darauf schreibe dann bitte aufhören her hornstein warte warte hier läuft das ist ja man ja mann ich dachte ich komme kurz wirst du da oder so genau aber jetzt ist jetzt jetzt ist und als den wasser strahl diese eisenböcke gewesen oder nee doch nicht weil ich kann mal ganz kurz runter rufen es geht immer noch weiter als ich tief was haben nein ich bin so doof ich habe doch kein wasser aber könnte kein bock entsetzen ich finde ganz ehrlich ich will nach da unten ich will wissen was da ist ich bin ja wieder du bist weil ich nicht schmeiße fackel dieser wir immer wieder ein weil ich ich halte eine fackel ja bringt leider nichts weil ich bei mir funktioniert das ja auch nicht auch wenn ich älter bin ach so schon du weißt du hab ich ein schädter drin so ich hätte es nie geschafft ein glücklicher so machen jetzt musst du mir aber was ich für ein glück hatte dass ich genau auf dem block gelandet bin das war echt krass also das ist ja wirklich krass und ich habe ich habe erschrocken also wäre ich da an aber geraten hätte ich auch nichts machen können glaube ich da wäre ich dann echt was einem wäre ich nur mal schlau gewesen zu mit dem dann habe ich gar nicht gedacht rumwetten dauert es einfach gar nichts wenn mich nicht wundern wie kommen wir dann wieder hoch ja wir haben wir hochbauen ne ja wenn jetzt oh leute hör zu weiter geht's wie sind wir jetzt für 19 also viel ist nicht mehr ne ich sag es Lava aber es war was 2 Block Block Erde ist auch die Lava ich kann mal ganz kurz sehen mal wie lange wir schon aufnähen achso diese aufnähe diese aufnähe warte 14 Minuten schon ok irgendwie auch das Gefühl ist dass da gar nichts ist aber dann losliert warte warte mal da ist noch Wasser Wasser noch wir sind übrigens wenn wir ganz unsinnig mal einen Block Kies nach unten abbauen weil ich habe nämlich ich habe mich einmal aus dem Block Suche sozusagen reinfallen lassen in das Wasser denken ist das da die Uhr so jetzt in der Höhe Prozent 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 ich habe vorhin ganz nichts aber das wirklich ein Loch also die Gitter sind es nicht Leute jetzt ist immer spannend okay und es geht das hin das ist voll Alter Scheiß ne also da dauert es ein Kiesblock weil wir sind weiter also eh nicht warte dann muss ich jetzt mal kurz überlegen warte wollen wir das Wasser weg machen nein eigentlich nicht eigentlich vor du hast ja kein Eimer mit du kannst ja nicht wieder einfach hin machen fuck das habe ich jetzt gemacht haben wir keinen Eisen oder so ich habe noch Eisen genau warte dann drei habe ich noch e2 4 4 Eisen warte 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 was ich immer nicht hätte so viel Brüste mit dem Talfade ich mache mal ein Eimer ich hätte es mal eine Fakten ist so unnötig was wir gerade machen was interessiert mich immer wirklich hier ne ja ja so ein Eimer Wasser so eine unendliche Lavaquelle jetzt ne äh Wasserquelle man ruhig wie können wir einfach oben einen draufsetzen so achso das nimmt sich nicht mit Kies aber so dann da kommt sie wenn wir irgendwas brauchen wieder her hä hä wieso wieso ist das denn ja weil der Überfall Wasserquellen sind oh aufrasen bitte geh mal weg warte ich mach das mit Erde und einer Schaufel ist etwas effektiver da ist das ja noch Wasserquellen ja ne ich glaube ja sorry aua so warte jetzt ist es spannend hä ist das irgendwas da okay warte das ist einfach ein Wasserloch rufen ich schmeiße eine Fackel rein wie langweilig ey warte ja da ist nix das ist einfach ein Wasserloch warte komm mal nach oben warte Achtung ich mach auf ne warte 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 jetzt nur ein block sitz ja jetzt ist wieder raufkommen ein hoch und dann wieder und da und dann ich kann ja so machen kann ich nicht noch mal verlassen oder 1 1 das wird nix das wird nicht so dass sie am letzten wieviel stunden dafür verbraucht diese scheiße rauszufinden ist am ende gar nichts so ich meine kraften ich baue mich schon mal wieder hoch okay wer jetzt erstes da ist aber das ist ein glück erreichen was hat das denn bitte für ein reinfallen wasser das war ja gar nix vorstelle bevor ich wäre so wie ich runtergesprochen ein bruchstein pflasterstein an die sieht sandstein und steine einfach alles ballern du hast so viele steine aufgenommen ich glaube das sieht ja vielleicht von mir aufgenommen wir haben ganz viel zerfliegen lassen ich bin ich bin ich bin muss ich schon mit direkt arbeiten jetzt habe ich noch gar nichts mehr ich bin jetzt genau ich bin auf lavahöhe jetzt exakt aber exakte wundung weißen jetzt hier ja heute wo war denn der aufgang hier ist ja gar nicht mehr so weit jetzt müssen wir irgendwie können wir theoretisch nicht hoch oder 1 2 3 es ist gar nicht mehr so dass ein reich auf die zehn blöcke oder so zack wir können einfach warten ja immer so in der seite flächen und ich habe das ich würde sie da war gar nix gerade hier alter leider habe ich auch keine bohme haben diese scheiße hier gerade weil es echt anstrengend ist du hast ihn ausgehangen jetzt bist du also in reinfektion warte 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 ich habe aber auf was da war oh scheiße so ein reinfall was ich ausfüllen muss man einen schaffen oder ich nicht essen wenn ihr bei was weil ich wusste es kann aber eigentlich ich bin durch das loch geschwungen so das war der größte reihe und wir haben die zeit überbraucht aber egal kommt es kommt man ganz kurz eventar so zu ballert was war ganz kurz atlas die müssen ne da lang gar nicht ich muss erst mal zeug aus echt schöner aber jetzt was ich auch 60 fps weil wir jetzt wahrscheinlich die die welt hier geladen hat ach ich würde übrigens jetzt können glaube ich sind eine gute idee ich bin übel auf klo halt ich muss halt übel auf der klo kommen immer schnell hin einfach dann siegen so wir müssen dann ja das ist jetzt nicht im westen oder norden ja wirst du nicht oder wie viele eier liegen guck mal das ist da vorne zum plateau europas auf das ein krüter kommen kommen wir hier die ziehen die klopfen sich das ist ein kleines schwert das gefunden oder vergebildet zur verzaubert woher weißt du dass es so geil ist ich hatte die erste zeit von einer kurze neuner sehen mal dass es verzaubert ist er das ist dass es brennt verbrennen gibt ohne markt sei es ja wir brauchen auch salz ja nicht mir einfach mal das ganze zeit natürlich bei dem mann das machen das so wie es finden da müssen wir nicht am ende noch groß sortieren nicht laufen aus echt ist echt also jetzt ist wo man wo wir die welt landern ist echt mit mit schäden oder mit schädern und täglich geht es echt kann man damit echt gut leben ich habe hier mein fuß sondern jemandem computer liegen darf ich dachte mein kraft was gegen mein fuß ja das ist richtig doof gewesen wäre wenn vorhin der aufnahme von nichts aufgenommen wurde mehr dabei gewesen wäre das hätte ich bitte gewesen also er wir hatten ja gesagt dass er fällt und er will keiner mehr kommen und ist ja genau dann die zeit gewesen glaube ich hat haben wir gehabt und er auch was ist dahinter die höhle übel weiß ich weiter das sei immer so wäre das ein wasserfall vorher ist aber ein weiteres ich muss so sie muss jetzt selber auf klo die ganze zeit schon muss andauernd übel auf klo immer diese mp ich weiß wenn ich überhaupt nicht was das macht aber ist schön hier es ist nicht sogar was mit eis diesem warte wind waker ich musste gerade was anderes denken irgendwie an irgendeine super an irgendeine mario welt wo er mit pinguin so runterrutschen musste das habe ich gerade ich habe erst das erste mal so etwas größeres okay noch nicht ich muss so auf klo halte warum und wie gehe ich auf klo und siebel doll mit ich bin hier sind ich da tut mir leid